Rechte Erkenntnis Wenn uns nicht bewusst ist, dass wir gerade leiden, können wir auch nicht erforschen, weswegen wir leiden. Erst durch Erkenntnis erhalten wir die Chance, unser Leben zum Positiven hin zu verändern. Kennen Sie den Postkartenspruch, ich habe zwar keine Lösung, bewundere aber das Problem? Sehr wahrscheinlich haben auch Sie schon lange Gespräche mit Freunden oder Freundinnen über Probleme mit den Kindern, dem Partner, der Arbeit, dem Gewicht geführt. Irgendetwas stört uns immer. Nichts ist hundertprozentig perfekt. Wir ärgern uns, dass wir Schmerzen haben, regen uns auf, dass wir zu viel arbeiten müssen oder dass es heute schon wieder regnet, obwohl doch schon der Sommer so miserabel war. Alles in allem leiden wir darunter, dass wir leiden. Um aus dem Schlamassel herauszufinden, brauchen wir die rechte Erkenntnis. Sie ist der Beginn, um unser Leben zu optimieren. Was heißt Erleuchtung? Also, es werden keine Engelschöre ein Lied anstimmen, wenn es soweit ist. Erleuchtung ist etwas ganz Alltägliches. Wir erleben es zum Beispiel immer dann, wenn wir das Licht anschalten. Der Raum, der vorher im Dunkeln gelegen hat, wird nun sichtbar. Genauso verhält es sich mit unserem geistigen Prozess. Etwas, das wir vorher nicht gesehen haben, wird durch Erkenntnis und Übung sichtbar. Und zwar so, wie es wirklich ist. Und nicht, wie wir denken, dass es ist. Wir leiden und haben Angst, weil wir nicht erkennen, wie die Dinge wirklich sind. Wir interpretieren und mutmaßen, steigern uns in Dramen hinein, verstricken uns, reißen andere noch mit in unser Dilemma, in der Hoffnung, dass es uns dann besser geht. Stattdessen leiden wir noch mehr. Und dann fangen wir an, achtsam zu sein. Wir meditieren und lernen, uns zu sammeln. Wir schauen genau hin, erkennen die wahre Natur der Dinge und Heureka, das Drama hat keinen Nährboden mehr. Wir reagieren angemessener. Es tut alles immer weniger weh. Und das einfach so, ohne weitere Anstrengung. Von der vollen Erleuchtung spricht man, wenn man überhaupt nicht mehr Enttäuschungen, Anhaftung und Ablehnung und die damit verbundenen Störemotionen wie Wut, Angst, Verlangen etc. zurückfällt. Und der Geist dauerhaft in jeder Situation stabil, frei und offen ist. Keine Sorge, sie werden nicht zu einem unemotionalen Neutrum. Nur das Leid, das sie immer mehr oder weniger quält, ist verschwunden. Stattdessen wachsen Freude, Liebe, Mitgefühl und Glück. Bei den folgenden Selbstbeobachtungsübungen geht es darum, dass sie sich ihr Leid und den Prozess, der Leid auslöst, in ihrem Leben bewusst machen. Es geht dabei um eine Bestandsaufnahme, die ihnen helfen wird, langfristig einen Weg aus Unzufriedenheit und Unglücklichsein zu finden. Um angemessen handeln zu können, müssen neben den verschiedenen Methoden zur Entwicklung von Mitgefühl auch Einsicht und Weisheit angestrebt werden. Einsicht und Weisheit sind unverzichtbar, wenn wir die wahre Natur der Dinge verstehen wollen, die grundlegende Natur unseres Geistes. Eine korrekte Einschätzung dessen, was sie empfinden oder erleben, ist nur dann möglich, wenn sie ein Objekt oder eine Situation aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. So entwickeln sie eine von Einsicht getragene Haltung den Dingen gegenüber und legen jede zwanghafte Reaktion oder negative Emotion ab. Das Glück der Erkenntnis Je länger wir uns in Achtsamkeit und Meditation üben, umso deutlicher erkennen wir uns. Wir gewinnen an Einsicht in unsere wahre Natur und folgen unserem Weg mit wachsender Weisheit. Unser Leben gewinnt an Bedeutung und Sinn. Jeder ist ein Buddha. Auf unserem Weg zum anderen Ufer, zu dem uns die sechs Paramitas bringen, steht die Paramita Brajna für Weisheit und geistige Klarheit. Obwohl alle Paramitas wichtig sind und jede ihren eigenen Stellenwert hat, sagen manche Lehrer, dass sie so etwas wie die Krone aller Paramitas ist. Weisheit schenkt uns einen klaren Blick, Einsicht, Offenheit und spirituelles Verstehen. Wenn wir durch konsequentes Üben von Meditation und Achtsamkeit so weit kommen, dass wir einen Zustand der Bewusstheit entwickeln, in dem wir beobachten können, was wir denken, entwickelt sich Freiheit. Wir erkennen unsere Denkmuster, sehen aus einer gewissen Distanz, wie wir uns verhalten und mit welchen Emotionen wir reagieren. Wir sind konfrontiert mit unseren Vorurteilen und den festgefahrenen Vorstellungen darüber, wie die Welt zu sein hat, wie sich Menschen verhalten sollten und wer wir selbst sind. Nach und nach befreien uns die Paramitas von unserem engen Blick und wir entdecken die Weisheit unserer wahren Natur. Nach und nach befreien uns die Welt zu sein, Vielen Dank.